hier leute was geht Lukas von VWS Clan VWS Clan ist ein Clan den ich selber mit meinem kleinen Bruder gegründet habe was wollen wir eigentlich wir wollen eigentlich mit euch Community die Clan Szene des deutschen Clan-Raums Lukas unterstrich Rondo und ähm schreibt mich an und ich gucke dann was ihr drauf habt ihr müsst um beizutreten ein Wann den Wann ging nicht gewinnen dann seid ihr in der Pro Gruppe und wenn ihr nicht so gut seid nimmt euch trotzdem aber dann seid ihr dann